In Mönchengladbach lebte einst ein Christ und Fabrikant. Der war in seiner Stadt beliebt und auch im ganzen Land. Er dachte nicht nur an Gewinn, Profit beherrschte nicht sein Sinn. Er sah in jedem Arbeitsmann nicht nur eine Arbeitskraft. Er sah in ihm die Würde, die Gottes Kindschaft schafft. Ein Mensch, der seinen Glauben lebt in Arbeit und Beruf. Der Menschenwürde respektiert, weil Gott den Menschen schuf. Ein solcher Mensch, das war Franz Franz, ein Christ, der fest im Glauben stand. Ein Mensch, der nicht an sich nur denkt, für andere Gutes schuf. Der diese Welt gestalten will und hört auf Gottes Ruf. Wer bei Franz Franz beschäftigt war, dem ging es ziemlich gut. Und wurde er mal ernstlich krank, verlor er nicht den Mut. Behandlung und auch die Arznei, die waren für die Weber frei. Es gab ne Krankenkasse, die gab's woanders nicht. Die Sorge um die Kranken, sah Franz als seine Pflicht. Die Löhne hat er nicht diktiert, er handelte sie aus. Und zwar mit dem Arbeiterrat, den gab's in seinem Haus. Es zahlte niemand besseren Lohn, das wusste man in Gladbach schon. Und wer bei Franz Franz beschäftigt war, der ging von dort nicht fort. Es gab keinen besseren Arbeitsplatz, hier und nem anderen Ort. Bei Franz gab's ne Kantine, Sparkasse, Bücherei. Es gab nen Kindergarten und sonst noch allerlei. Er baute Häuser für die Leut, sein Beispiel leuchtet auch noch heut. Er war für seine Weber da und hat sich nicht geschont. Dort unter seinen Leuten hat er auch selbst gewohnt. In England hatte er geweiht, wie Friedrich Engels auch. Doch der hat nur ein Buch verfasst, wie's bei Marxisten brauch. Doch Franz Franz, der zog die Richtgelehr, er wollt für seine Weber mehr. Ein Leben voller Würde, so ganz nach Gottes Plan. Und damit fing der Fabrikant in seinem Werk auch an. Franz Franz war wie ein helles Licht in einer dunklen Zeit. Da gab's meist Hunger, Löhne und keine Sicherheit. Er zeigte, dass es anders geht, wenn man zu Gottes Auftrag steht. Franz 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 und sein Freund Hitze mit ihrem Volksverein. Die waren beide spitze, geehrt sollen sie drum sein.